Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Luigi's Mansion Nummer 3. Ich bin der Drabu und wir sind hier gerade auf einer lustigen Tour. Wir fahren in den Urlaub, am Steuerrad darf ich begrüßen Toad, in der 2. Reihe darf ich begrüßen Toad und nochmal Toad. Außerdem sehen wir noch Mario und Peach. Doch die sind nicht die Helden dieses Spiels. Nein, der Baseball ist es auch nicht. Es ist Luigi. Mit seinem großen Kistenkoffer. Oh, und er hat einen Hund dabei. Der sieht süß aus. Ich will auch so einen Hund. Ich will auch so einen Geisterhund. So eine Geisterkatze ist vielleicht noch cooler, aber so ein Geisterhund hat schon auch was. Äh, okay, ich überlegs mir nochmal. Ich überlegs mir nochmal mit dem Geisterhund. Den kleinen Toad an Steuer zu tun war die beste Idee, schreibt gerade der Twitch Chat. Also nicht wundern, das ist mal wieder ein Livestream hier auf Twitch. Es wird vielleicht der erste Part auch auf YouTube landen, ob ich dann auch noch weitere Videos daraus schneiden werde auf YouTube. Das wird sich zeigen. Das hängt natürlich dann auch von eurem Interesse ab, weil ich kann ja nicht so viele Videos auf YouTube gleichzeitig veröffentlichen immer. Sonst werden die euch irgendwann nicht mehr angezeigt. Nun denn. Wir sind angekommen an unserem Ziel. Wir sind im Urlaub. Finds auch spannend. Peach hat sich anscheinend hier den Bus geholt. Also Peach hat anscheinend auch einen eigenen Bus hier. Nicht verkehrt. Er erinnert von der Form her an Slimer aus Ghostbusters. Ja, ich glaube an Slimer erinnert so ziemlich alles. So ziemlich jeder Geist irgendwo, weil Geist und Geist und so. Läuft bei mir. Prost auf euch. Aber schon echt cool. Also dieser Geisterhund, der gefällt mir auf jeden Fall. Und wir sind angekommen. Mit Muxen. Danke fürs Followen. Und denen nochmal. Joa, der Chat hat von unten schon geschrieben, das wäre mein Zuhause hier. Das ist meine Villa hier. Als abgehobener Twitch-Partner hat man so eine Villa hier in den Bergen. Es muss in Bayern sein. Bergeseegrün. Das ist Bayern. Ganz klar Bayern hier. Also eigentlich machen sie nur einen Ausflug nach Bayern hier. Und das ist eigentlich auch nur Schloss Neuschwanstein oder so. Schmaler 7,9. Danke fürs Followen. Eigenes Plusunternehmen, genau. Die Toads müssten schuften. Ja, so ist das leider immer bei denen. Polterpinscher heißt der Hund übrigens. Schreibt der Chat. Und da sind auch schon unsere Bilder. Gelber und blauer Toad werden einfach ignoriert. Die Armen. Die sind anscheinend nicht willkommen. Die sind wirklich nur hier die Diener. Und haben nicht mal ein eigenes Bild bekommen. Das ist fies. Das ist fies. Die Armen Toads. Oh, können wir mit unserem Hund spielen? Hundi! Oh nein. Ich bin nur durch... Ich bin nur durch meinem Hund durchgelaufen. Komm. Gerade eben konnte ich ihn noch anklicken. Komm. Können wir nicht mit unserem Hund spielen? Oh. Ich will mit meinem Hund spielen. Mario. Was gibt's hier? Hm. Mario hat schon Hunger. Mario hat großen Hunger schon. Okay. Mario gönnt sich hier erstmal. Mal. Haha. Aber nein. Der Hund war schneller. Oh. Da gibt's sogar Brezen hier. Ja. Wir sind in Bayern. Seht ihr hier Brezen? Wir sind in Bayern. Ganz klare Sache. Und der Schwan ist natürlich auch, weil wir hier im Schloss Neuschwanstein sind. Alles logisch hier. Auf einmal ist alles logisch. So. Was gibt's hier noch? Können wir hier... Ach nee. Da können wir noch lesen. Was ist das? Was steht hier drauf? Was steht hier? Herzlich willkommen im Hui-Hotel. Hier ist einfach ein unvergesslicher Aufenthalt. Garantiert. Okay. Schloss Neuhuistein heißt es dann eben. Hahaha. Wir können hier auf jeden Fall rumlaufen. Was ist hier drüben? Ah. Die sehen hier... Der sieht sehr motiviert aus, der Typ. Und irgendwie... Äh... Nicht so ganz lebendig. Ich weiß nicht. Oh. Hier haben wir Blumen. Können wir die Blumen nehmen? Nein, können wir nicht. Schade. Ich hätte gerne die Blumen genommen. Oh. Haha. Immerhin der Hund kann die Blumen nehmen. Der Hund eskaliert hier schon wieder. Irgendwie erinnern mich diese Kisten so an diese Riddler-Boxen so ein bisschen. Aus Batman Arkham Asylum. Der Rezeptionist sieht ziemlich tot aus. Ja, nee. Die da oben sehen eher ziemlich tot aus. Oh nein. Lass es nicht fallen. Oh, hier kippt die Stimmung gleich, glaube ich. Äh, was hast du hier mir zu sagen, Herr Rezeptionist? Was ist denn das für ein Blick? Ich sehe... Ups. Keine Sorge. Unser Personal wird alles dafür tun, um euch auch einen denkwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen. Hehehe. Okay. Alles klar. Sehr, sehr gut zu wissen. Herzlich willkommen im Schloss Nehuishwein. Genau. Schwein. Stein. Nein. Ah. Peach, was hast du zu sagen? Hi. Hi. Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Und auch so wunderschön eingerichtet. Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Hihihi. Ciao. Weil wir ja kein eigenes Schloss haben, was wunderschön, riesig und eingerichtet ist. Aber gut. Sind wir mal nicht so. Irgendwie sehen die auch alle sehr ähnlich aus. Oh, der post ja nett da drüben. Der ist ja ein richtiger Poser hier. Dragon Miguel. Miguel. Dankeschön fürs Folgen. Irgendwie sieht es aus, als hätte er so eine Maske auf und wäre eigentlich gar kein Typ. Irgendwas stimmt da nicht. Kollege, setz mal deine Maske wieder richtig auf. Entschuldigung wegen der Unannehmigkeiten, aber der Aufzug ist vorübergehend außer Betrieb. Das Problem sollte aber bald gelöst sein. Hm. Alles klar. Also irgendwas stimmt hier nicht, habe ich das Gefühl. Hier sind noch mehr. Die haben alle Masken auf hier. Ich nehme an, der Aufzug ist auch kaputt. Hm. Okay, okay, okay. Zwei Schlüsse sind besser als eines. Okay, okay. Nun, dann werden wir mal darüber gehen. Ich schätze mal, nach oben laufen dürfen wir nicht. Wir müssen wahrscheinlich den Aufzug nehmen, oder? Warum ist der Weg versperrt an dieser Stelle? Ihr habt noch gar nicht eingesteckt, oder? Dann begebt euch bitte zur Rezeption dort. Okay, dann machen wir das. Oh, der sieht motiviert aus. Der sieht zumindest motiviert aus. Ist zwar ein bisschen lila um die Nase, aber sonst sieht er relativ motiviert aus. Warum liegt da Stroh genau? Herzlich willkommen im Hui-Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Äh, wüsste nicht, was wir hier sonst tun sollen. Also, ja, machen wir mal. Oh, und wer bist du? Liebe Gäste, willkommen im Hui-Hotel. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Spiele ich das Spiel auf 100%, das weiß ich noch nicht. Das hängt von eurem Interesse ab. Wir werden es herausfinden. Gehen wir doch erstmal zu den Zimmern. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein. Und das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Shrek 5 genau. Mehr Haar als Körper, die Dame, ja. Hahaha, bei VIPs gehört das selbstverständlich zum Service. Genauer gesagt bekommen VIPs ein so erstklassiges Rundum-Paket, dass sie in Hören und Sehen vergeht. Gehen wir? Gesundheit. Ja, die Dame versprüht etwas Parfüm offensichtlich. Nun denn, äh, ab nach oben. Fahren wir zu unseren Zimmern. Auf geht's nach oben. Was, wir sind auch nicht mal ganz oben eingecheckt, nur im fünften Stock? Ach, Mann. Ich dachte, wir... Wir haben ja nicht mal hier die Präsidenten-Suite oder sowas. Ach, komm. Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Toads haben wir auf der Seite gegenüber Zimmer hergerichtet. Die armen Toads. Aber das scheint sie nicht zu stören. Noch freuen sie sich anscheinend. Die dancen so die ganze Zeit, die Toads. Das sieht cool aus. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorher heraus zu sagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Ich hab die Drachen-Suite. Ja, ich hoffe es doch. Die ist auch so ein bisschen rosa um die Nase gewesen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Klingt fast wie... Wacha, wacha. Nein, nein. Können dieselben Ruiden sein. Peach mal nicht von Bowser empführt. Was geht ab? Na, warten wir mal. Ah ja, doch. So ein Zimmer hier lässt sich leben, würde ich sagen. Doch, schaut nicht so verkehrt aus. Oh, hier leuchtet was. Oh, ich kann sogar was wegschieben hier. Ne, ich kann hier nur rumlaufen. Okay. Hm. Was können wir hier noch tun? Ah, hier können wir reingehen, oder? Können wir hier reingehen? Ah ja. Oh, das ist doch mal ein Bad, oder? Das sieht nicht verkehrt aus. Da können wir wieder rausgehen hier. Oh, können wir uns hier erstmal baden gehen? Nein, wir können mit unserem Hund spielen. Oh. Es scheint auch niemanden zu stören, dass einfach so ein Geisterhund hier mitläuft offensichtlich. So, können wir erstmal noch aufs Klo gehen? Äh, das sollte das Klo normalerweise nicht machen, glaube ich. Sieht nicht gesund aus. So, vielleicht nochmal Hände waschen jetzt, nachdem wir das Klo hier angefasst haben. Oder nochmal Hände waschen hier. Ich meine, wir haben eh Handschuhe an, aber... Ja, ne. Irgendwie scheint hier alles nicht so zu funktionieren, habe ich das Gefühl. Mehr scheinen als sein, offensichtlich. Aber wir haben zumindest einen Kontrollpunkt erreicht, das wurde so eben gespeichert. Äh, was gibt's hier noch? Oh, wir haben den Stuhl umgeschmissen. Was zur Hölle. Okay. Daumen nach oben. Das ist, äh, etwas erschreckend hier. Ist hier etwas versteckt noch im Schrank? Was, 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 was ist da los da drin, ey? Ist da noch mehr drin, Zeug, äh, Gefährliches drinnen? Nein. Äh, anscheinend, äh, setzen die hier sehr auf Schockeffekte und Jumpscares. Achso, es ist ein Luigi-Spiel und kein Mario-Spiel, deswegen ist Peach nicht entführt worden. Ah, das ergibt natürlich Sinn, das ergibt natürlich Sinn. Mehr scheinen als sein wortwörtlich, ja. Unser, äh, unser, äh, Kollege ist auch sehr durchscheinend. So, was können wir hier machen? Waff. Wie wäre es mit ausruhen? Ah, okay. Polterpinscher. Tatsächlich, er heißt Polterpinscher. Ihr habt recht gehabt. Das ist sehr goldig, das Zimmer. Ja stimmt, das Zimmer ist wirklich goldig. So wie in unser Hündchen. Na gerne. Würde ich mal sagen, ruhen wir uns etwas aus von diesem anstrengenden Aufzug fahren, von dieser anstrengenden Bus fahren. Wir wissen ja nicht, wie lange wir gefahren sind, wie lang der Weg war vom Pilzkönigreich bis hierher. So, Taschenlampe ist dabei, Buch ist dabei und, äh, zweite Kleidung, die genauso ausschaut wie die erste, ist auch mit dabei. Zweite Latzhose. Voll das Horror-Game auf jeden Fall. Ich muss mal den zweiten Teil auf dem 3DS spielen, dann versteht ich die Verbindung zwischen Luigi und dem Hund. Ah, okay, da kommt ihr her. Also wenn ihr es noch nicht gewusst habt, ich hab, Teil 1 hab ich mal angespielt, irgendwann mal vor Ewigkeit auf dem Gamecube. Teil 2 hab ich nie gespielt, weil ich keinen 3DS hab. Und jetzt ist es endlich soweit, dass mal wieder ein Teil für die Switch kam, den ich auch spielen kann. Da freu ich mich natürlich drauf. Ich find's übrigens faszinierend, wie schnell er einschlafen kann, wenn er einfach nur so ein Buch liest. Das möchte ich auch mal machen. Warum hab ich mich entschieden, jetzt auf Twitch zu streamen? Warum nicht? Ah, okay, das hätte ich nicht übersetzen brauchen. Weil Twitch unglaublich viel Spaß macht, dort zu streamen, weil man dort immer so cool mit der Community gleich interagieren kann, weil man so Sachen wie die Kanalpunkte hat, wo man dann auch immer gleich den Leuten ermöglicht, ja, Sachen wie zum Beispiel Freundschaftsanfragen in irgendwelchen Spielen oder dass Leute mal mitspielen können und sowas alles ist damit problemlos umsetzbar und irgendwie sehen die Luftballons nicht mehr so fröhlich aus. So, jetzt erschrecken wir uns nicht mehr, egal was da rauskommt. Wir haben uns nicht erschreckt, er hat sich erschreckt. Es sieht nicht mehr ganz so freundlich aus alles hier. Äh, okay. Was ist mit den Luftballons? Wahrscheinlich sind überall hier zu... Nein, da ist immer... Oh, wir haben was gefunden. Wir haben Geld gefunden. Vorhin war da kein Geld drin. Wieso ist da mitten in der Nacht plötzlich Geld reingekommen? Wenn irgendjemand ist... Das ist wie die Zahnfee, nur als Geist. Der Zahngeist vielleicht hat da Geld reingemacht. Und irgendwie sind da Fische drin. Stinkende Fische im Korb hier. Irgendwie ist das nicht so meins, habe ich das Gefühl. Nein, du musst mir keinen 3DS zuschicken. Dankeschön. Ist das Bowsers Hand? Sieht aus wie Bowsers Hand. Das Beste... Ich bräuchte so einen 3DS, den man aufnehmen kann. Das wäre super. Also wo so eine Capture Card verbaut ist. Die werden ja leider nicht mehr... Hergestellt. Okay. Luigi, das war nur Raben. Alles gut. Alles gut. Da war auf jeden Fall gerade eine Ratte. Ah ja. Der Chat hat abgeschrieben, erst Müsli und dann Milch. Und solche wunderbaren Umfragen gibt es hier natürlich auch immer im Chat. Ganz live. Da ist Gold drin, ja da oben irgendwo. Wie kommen wir an das Gold... ran? Ist dahinter noch was? Ne. Dahinter ist nichts mehr. Können wir hier nochmal voll aufdrehen? Vielleicht kommt ja jetzt Wasser... Ja, jetzt funktioniert das Wasser plötzlich, oder? Also zumindest besser als vorhin, meine ich. Erstmal ins Klo... Oh, Klo reinschauen. Schon wieder eine Bowsers Hand. Warum steckt man Bowsers Hände ins Klo? Und wie kommen wir da oben an das... Ich würde da gerne an dieses Gold dran kommen, aber irgendwie... Hmm... Können wir mal gucken, wo die Ratte hier verschwunden ist? Ne, können wir offensichtlich nicht. Schade. Also nein, Luigi's Mansion 2 habe ich tatsächlich nie gespielt. Wie gesagt, Teil 1 nur mal ganz kurz auf der Gamecube irgendwo mal angespielt. Ich glaube, in irgendeinem Kaufhaus damals war eine Gamecube aufgebaut. Ups, wir haben es kaputt gemacht und da konnte man es anspielen. Na, dann gehen wir mal besser raus aus dem Zimmer und gucken, was mit dem Rest so passiert ist. Stimmt, wenn ich mich aufs Klo gesetzt hätte, das wäre nicht so angenehm gewesen. Aber das Ding ist ja direkt rausgekommen aus dem Klo, sobald man es aufgemacht hat. Von daher wäre, glaube ich, nicht die Gefahr bestanden, dass man da aus Versehen irgendwie draufkommt. Wie kamen die Bowser Hände ins Klo? Ja, Fragen über Fragen. Der Chat stellt hier die wichtigen Fragen. Jetzt sieht es auch wirklich mehr aus wie ein Luigi's Mansion. Was können wir hier tun? Können wir da dran ziehen? Ach, das ist... Nein, 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 der Luigi. Nicht deine Mütze da in den Schacht fallen lassen. Wahrscheinlich der Wäscheschacht oder so. Okay, anscheinend sind die Sachen nicht auf die Zimmer gebracht worden hier. Peach hat irgendwie so ein bisschen mehr Koffer als der Rest, habe ich das Gefühl. Luigi da mit seinem einen Koffer und Peach da mit ihren 1, 2, 3 viele Koffern. Okay, wir können uns im Spiegel anschauen. Wir sind schon mal selber kein Geist. Hier sind noch irgendwelche Gargoyles, die waren da vorher auch nicht. Oh, noch ein paar lustige Luftballons. Können wir auch wieder nach oben zum Fliegen bringen. Das finde ich schön. Irgendwie... Also der Zimmerservice hier, der hat hier nicht so gearbeitet. Warum ist das eine Spinne? Okay, Marios Gepäck wurde immerhin bis zu seinem Zimmer gebracht. Das ist schon mal okay. Schauen wir mal, ob Mario auch mittlerweile wieder aufgetaucht ist. Von 5 Sternen hat das Hotel jetzt nur noch einen Stern, ja. Ich glaube, es hat gar keinen Stern, ehrlich gesagt, das Hotel. Es sei denn, es ist so ein Themenhotel oder so. Dass man dann irgendwie so das Geisterthema hier hat in dem Hotel. Ist Mario aus dem Fenster gegangen? Zumindest ist hier offen. Vielleicht ist er aus dem Fenster gegangen. Okay. Hier ist bestimmt wieder irgendwas zum Schocken drinnen. Nein, diesmal nicht. Hm. Ich bin schockiert. Da hatte ich jetzt fest damit gerechnet, dass hier auch wieder was drin ist. Ist hier auch noch irgendwas? Nee, offensichtlich nicht. Hä? Hat Mario zwei Koffer gehabt? Anscheinend hat Mario zwei Koffer gehabt. Ein Koffer steht vor der Tür. Mario hat anscheinend noch ein bisschen Pizza sich gegönnt vorher. Gesunde Ernährung sieht anders aus mit Mario. Ah, okay. Da ist natürlich auch wieder ein Bowser drin. Eine ganz klare Sache. Nutella Brot ohne Butter ergibt die Abstimmung hier offensichtlich. Alles klar. Alles klar. Wie viel Pizza hat der gegessen? Eins, zwei, drei. Okay, Mario hatte anscheinend echt Hunger auf Pizza. Mario hatte echt Hunger auf Pizza. Aber warum hat er zwei Koffer gehabt? Offensichtlich. Ja, ich zähle immer eins, zwei, drei viele. Ist doch eine ganz logische Art zu zählen. Warum dreht er sich die ganze Zeit im Kreis? Achso, weil ich den Stick die ganze Zeit drehe, weil ich nach rechts laufen will. Deswegen läuft er im Kreis. Der Totenschädel macht sich hier auch gut zwischen den Kerzen. Wir laufen gerade Richtung Notausgang übrigens. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Irgendwie haben die ziemlich viele Putzwagen hier. Okay, ist das Peachzimmer hier? 501. Nee, hier ist Waders Faust drin. Hier sind Klonkrieger drin, befürchte ich. Oder so. Nein. Keine Klone hier drinnen. Auch keine Geister momentan. Wobei, können wir hier nochmal ins Klo reinschauen? Ist hier der Weg zum Klo versperrt? Nee, da können wir auch nicht rein. Also Peachzimmer sind wir jetzt offensichtlich auch drinnen. Hier ist... Was ist das so ein Rabe? Der sieht auch ein bisschen besorgniserregend aus. Nee, Mario ist anscheinend eher der Pizzamensch als der Spaghetti-Mensch. Oh. Was? Okay. Alles klar. Irgendwie diese blaue... Diese blaue Gesicht hier, so könnten die anderen ausgesehen haben. Dann sind noch so ein Orks dabei. Also an Cheat Games gibt es auch irgendwie Orks oder so hier im Mario-Universum. Und so ein Wehrwolf, oder? Ork, Wehrwolf und Vampir ist das wahrscheinlich rechts. Oder ist Vampir... Nee, oben ist auch so ein Gargoyle noch. Okay. Lange kann sie noch nicht weg sein. Der Tee hier oder der Kaffee ist noch heiß auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall ihr Notizbuch. Da schauen wir mal besser nicht rein oder ihr Tagebuch. Und hier können wir noch mal gucken... Ah ja. Oh. Ein Flieger. Ein selbstfliegender Flieger. Sehr gut. Na gut. Ich glaube, hier ist ja auch nichts drin. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht, hier in Peach-Zimmer zu schauen. Zumindest ist Peach nicht da. So, wie geht's? Wie steht's? Mir geht's gut auf jeden Fall. Okay. Irgendjemand ist da gerade nach oben gefahren. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich... Oh Gott, der hatte richtig Angst. Er zittert ja richtig. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da rüber möchte. Schauen wir mal. Oh nein, sie ist schon wieder. Aber jetzt sieht sie auf jeden Fall mehr begeistert aus als vorher. Und sie kann fliegen. Aha. Unser am meisten geschätzter VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ist mit den Zimmern soweit alles in Ordnung? Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Er ist nicht überzeugt. Er ist nicht überzeugt. Aha. Ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du diese Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Hahaha. Ganz einfach. Es gibt da jemanden, den ich über alles verehre. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel dich hierher einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm, deshalb freut es mich ungemein, ihm jemand vorstellen zu dürfen. Dich. Ganz genau, Luigi. Dich und niemand anderen. Haha. Hoffentlich bist du bereit. Für was? Oh nein, für König. Huuu. Huuu. Boah. Überraschung, Luigi. Ich bin es. König Buhu. Dieser alte Kauz hat mich ja... Ich glaube, ich mache ihn lieber so. Ich spreche ihn lieber so. Dieser alte Kauz hat mich ja in seinem Labor eingesperrt. Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gerne treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst. Aber ich bin davor auch vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug nun? Ja, die Frage lag nahe. Das erkläre ich dir gerne. Ich panne deine Urlaubsbegleiter und dich in... Bilder! Ach Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Buh! Oh. Der Rest ist schon in Bildern gelandet. Das bilden wir uns nicht ein. Wie gefällt dir das? Absolut umwerfen. Gib zu. Ach, und das hier ist auch schon vorbereitet. Habe ich extra für dich reserviert. Halt still Luigi und setz dein verschrecktes... Oh, dein verschrecktes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. Oh nein. Ich glaube, wir wollen nicht in das Bild rein. Wir wollen definitiv nicht in das Bild rein. Nein, 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 nein. Flieh du da. Flieh du da. Du willst da nicht rein in das Bild. Lauf. Lauf Luigi. Lauf was du kannst. Lauf so schnell du kannst. Weg mit dir Luigi. Nein, 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 nein. Warte mal wirklich. Aber am Ende des Ganges war doch dieser... War doch dieser Schacht, wo wir reinspringen können. Wo wir fast reingefallen wären mit unserer Mütze, oder? Hier, hier, hier. Rein, 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 rein. Huch. Gib Gas. Schneller. Nicht lange nachdenken. Du willst nicht in das Bild rein. Rein, ja. Entweder oder. Bild oder äh... Ja, ne. Bild ist nicht die richtige Lösung. Also rein da. König Buu ist einfach nur ein falsch verstandener Künstler. Äh... Bestimmt. Und jetzt geht es richtig los mit Luigi's Mansion 3. Erstmal den nennen. Alles klar. Der coole 532. Danke fürs Followen. Ah... Ja. Das passt besser hier auf jeden Fall vom Logo. Das Hotel hat sich ein bisschen verändert. Mal schauen, ob wir es wieder zurück ändern können. Werden Buus nicht schüchtern, wenn man sie anschaut? Ja, der sah nicht so schüchtern aus, oder? Ja, völlig geisteskrank der Kerl. Also da bin ich... Da bin ich euch... Da bin ich ganz der Meinung mit dem Chat hier. So. Macht sein eigenes Hotel kaputt. Hoffentlich hat er eine gute Versicherung. Schauen wir mal. Oh. 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 Und der Gamer ist auch dabei. Das ist schön. Danke fürs Followen. Und da oben ist es wieder so Gold. Kann man das jetzt nehmen, da oben? Das Gold? Ich möchte bitte das Gold nehmen. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich diesen Staubsauger, den man normalerweise immer hat in den Luigi's Mansion spielen, oder? Damit wir das hier ansaugen können, nehme ich mal an. Ah, wahrscheinlich... Okay. Wenn wir vorbeigehen, geht das Licht aus. Hm. Hier wurden schon anderen Leuten das Licht ausgeknipst, aber wir konnten zum Glück gerade noch fliehen, bevor wir in ein Bild gefangen wurden. Was war zum Glück? Oh, jetzt haben wir auch eine Lebensenergie. Da oben sehe ich gerade. 99 haben wir. Nein, da kommen wir überall nicht ran an das ganze Gold, was hier rumliegt. Luigi erschreckt sich halt echt vor allem. Oh, was ist hier? Ah, okay. Geisterwaschmaschinen gehen an, wenn wir vorbeilaufen. Bin nicht begeistert. Jetzt haben wir uns unseren eigenen Hund erschreckt. Na wunderbar. Also durch Wände gehen können wir praktisch. Können wir das auch machen durch Wände gehen? Oh, okay. Die Wäsche greift uns mittlerweile sogar an hier. Sie will uns an die Wäsche. Hier gibt es auch Secrets, das dachte ich schon. Zum Beispiel Donuts gibt es hier. Wer hat denn Donuts weggeschmissen im Müll? Was sind das hier für Menschen, die Donuts wegschmeißen? Okay, das da oben ist ein Geist. Hm. Vielleicht lernen wir den auch noch kennen, der da gerade an der Wand war, der Geist. Was ist hier drinnen? Können wir da rein? Ah ja, wir können hier rein. Ah, wir sind in der Tiefgarage angekommen, glaube ich. Hier ist relativ viel Müll und ein paar Ratten. Da ist noch ein... Ups, da können wir auch noch lang. Ah, hier müssen wir... Ah. Oh, 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 das hat sich gelohnt. Da haben wir gerade richtig dick eingesammelt. Ah, so ein Block bringt immer 10 anscheinend, wenn ich das richtig sehe. Ah, das war nicht verkehrt. So, ich bin erschreckbar. Nein, ich bin überhaupt nicht erschreckbar. Hahaha. So. Die Erschreckbar, vielleicht kommen wir noch hin zu der Erschreckbar. Das Hotel hat bestimmt auch eine Bar. Okay. Das ist definitiv kein Ausgang. Da kommen wir nicht raus. Uiuiuiuiui. Ja, ich dachte schon, dass ich diese Sachen mit dem Sauger später einsaugen kann, vielleicht. Da passt nur eine Ratte durch, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Durch die Tür da draußen sollten wir auch nicht gehen, sonst wird die Tür schon ganz schnell zur Guillotine. Oh, hier ist noch eine Ratte und ein Auto. Sieht aber auch schon ein bisschen antik aus, die Autos hier. Hier können wir auch... Irgendwas ist hier mit dem Auto, irgendwas ist hier nicht richtig. Da ist auch wie ein Geist oder sowas drin, oder? Was können wir hier beim Auto machen? Nein, unser Hund ist da drinnen, natürlich. Läuft bei mir auf jeden Fall. Habe ich die Luigi's Mansion schon gefunden? Ah! Ja, ich habe die Luigi's Mansion gefunden und ich habe vor allem den Staubsauger gefunden. Ah! Nice! Wie praktisch, dass der hier unten schon steht. Das Auto ist dann wahrscheinlich auch aus einem der vorherigen Teile, oder? Und plötzlich ist die Stimmung wieder gut bei Luigi. Oh, unser Hund hat die Fährte aufgenommen. Hat etwa die anderen gerochen? Das Auto gehört dem Professor. Ah, okay. Ah, ja. An den da renne ich. Den habe ich mal gesehen gehabt. Ah! 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 Was können wir hier tun? Ah! Ah! Oh! Wir können so einen Hund blenden. Aber der Hund findet es gut. Okay, okay, okay. Ach, der Hund erklärt das quasi die Steuerung. Okay, hier können wir einsaugen. Vor allem wie die Zunge eingesaugt, wäre das geil. So, da können wir wieder wegschieben. Ah, okay, okay, okay. Verstehe, so funktioniert das. Und wenn wir beides gleichzeitig drücken, dann... Hoppa! Dann machen wir so einen Schockschack. Okay, dann kommt der Schockschlag. Alles klar. Wuff! Hast du dir alles merken können? Äh, ja. Blasen, Saugen und Schockschlag. Habe ich verstanden. Und das können wir nicht nachmachen. Durch Wände können wir leider nicht durchgehen. So, aber jetzt ist gut. Jetzt können wir zumindest Sachen einsaugen hier. Einfach durchgeht alles einsaugen, was es hier so gibt. Ich glaube, der Staubsauger, der verarbeitet ist es auch dann irgendwie gleich. So, können wir die Ratte einsaugen? Ey, wir gehen mal Ratten einsaugen. Äh, äh. Hey, wir haben die Ratte eingesaugt. Nero, ich hoffe, du bist nicht da gerade. Oh, hier. Erstmal ein bisschen Müll einsaugen. Ah, das bringt auch noch mehr Ratten zum Einsaugen. Hey, wir... Rein mit euch! Okay, wir sind schon wieder... Wir sind hier schon wieder Tierquäler. Äh, ey. So, erstmal hier schön ein bisschen sauber machen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es einen Erfolg gibt, wenn man alle... Wenn man alle Ratten einsaugt oder so. Oh yeah. Oh yeah. Okay, da kommen wir aber trotzdem nicht rein. Da brauchen wir irgendwie andere Skills. Ah, okay. Aber auf jeden Fall einsaugen können wir hier sehr viel. So. Oh, ist das Geld? Nee, das ist kein Geld. Das ist einfach nur irgendwas Grünes, oder? Oder ist das Geld? Ich bin gerade nicht sicher. Doch, das ist Geld. Oh ja. Ach nee, wir sind... Ach, aus den Ratten... Aus den Rattendingern können wir auch Sachen... Ah, doch, das ist Geld. Das ist definitiv Geld. Hey. Das ist ordentlich Geld. Hey, das hat sich aber gelohnt hier. Wer hat das ganze Geld fliegen lassen? Ah, aus den Rattenlöchern hier können wir auch noch Zeug einsaugen. Ah, sehr gut. So. Haben sie gedacht, sie können ihr Geld da drin verstecken, die Ratten. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Wo muss ich raus? Wo muss ich raus? Irgendwo hier muss der Ausgang sein. Ah, der Hund ist der Beste. Der Hund ist echt cool. Wie gesagt, wenn es eine Katze wäre, wäre es noch cooler. Aber so ist es auch schon nicht schlecht. So, hier ging es raus. Genau, hier sind wir. Jetzt können wir nochmal zurückgehen und gucken. Hier gerade in diesem Waschraum. Da gab es ja so einen großen grünen. Oh, Donut. Jemand Bock auf Donut? Irgendwie ist die Steuerung noch verwirrend, finde ich, von dem Ding. Also mit der Steuerung komme ich, also wie man das Ding bewegen muss, damit komme ich noch nicht ganz so gut klar, aber das wird auf jeden Fall. So, hier, das Ding können wir doch da bestimmt raussaugen, oder? 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 Nee, können wir da nicht raussaugen? Nee, das können wir da echt nicht raussaugen. Warum geht es da nicht raus? Ey! Weil die zu ist. Wir müssen die irgendwie wieder ausschalten. Ah, da müssen wir vielleicht den Strom ausmachen oder so. Können wir das Ding wieder ausdrehen? Nee, das geht auch nicht. Doch, das geht, oder? Wenn wir hier lang genug... Ah! Oh, 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 oh. Hier kriegt man ja überall Münzen. Was brauchen wir die Münzen eigentlich? Das ist natürlich spannend. Die Entwickler von dem Game sind Hundeliebhaber, ja, ich glaube auch. Trotzdem, ich hätte es mal so gefunden, wenn da eine Katze gehabt wäre. Oh, hier oben ist wieder richtig viel Geld. Hier hat irgendjemand einfach sein Geld gelagert. Wobei, hier ist die Wäscherei. Wahrscheinlich waren sie hier gerade am Geld waschen, als wir gekommen sind. Eigentlich ganz logisch. noch ein bisschen was einsaugen okay dann sind wir hier so erst mal fertig so geld geld ist hier keins mehr da ist ein bisschen waschmittel aber hier ist sogar noch geld gewesen was soll damit die ganze geld machen ist echt alles einsaugen aber kann das ding auch wieder drehen oder so in die andere richtung geht dann die waschmaschine aus oder so das scheint irgendwie nichts zu bewirken hier naja gut zumindest haben wir es getestet zumindest haben wir es getestet ich kann das noch nicht machen okay ich kann das noch nicht machen das dachte mir fast aber da oben die sachen kann ich auf jeden fall holen wie die andere seite da oben noch mal dran saugen ja oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah super dass das geld dann automatisch hat und nicht erst aus diesem staubbeutel irgendwie mühsam rausziehen muss oder so umso mehr geld umso besser die bewertung am ende und ich kann mir auch was kaufen okay alles klar na dann nehmen wir mal mit nehmen wir mal mit was wir kriegen können hier an geld soll es hier will einmal noch was drin ne offensichtlich nicht so aber jetzt jetzt wird es bewaffnet hier das ist schon mal nicht so verkehrt okay hier ist irgendwie top secret und so können wir da rein hier ich möchte hier reingehen top secret hallo ich bin top secret ganzen geld bauen guck mal hier hat jemand einen geld baum hingestellt echt geil da haben wir echt haben hier echt geld dran gehängt einfach so an die pflanze also die scheinen hier echt reich zu sein im hotel so von der pflanze ist ja nicht mehr viel übrig okay also man kann ja auf jeden fall sehr viel einsammeln einsaugen in dem spiel das ist ich weiß nicht am ende müssen so eine kilo bewertung machen oder so viel wie viel wie viel man eingesammelt hat das wäre lustig so läuft bei mir prost auf euch luigi soll noch ein katzen kostüm tragen ja unbedingt unbedingt so hier ist der geist was gibt es der geist hat uns aufgemacht ich bin begeistert haha bling bling was ist denn hier drinnen tesoli 5 2 3 1 4 6 5 4 9 3 6 5 4 herzlich willkommen hier unten ist auch noch was oh eine kiste kommt kisten kisten habe ich gelernt in spiel und kisten ist immer was drin oder die können wir aufmachen können wir die aufmachen ja die ist nicht mal abgesperrt da ja okay kisten müssen wir kisten müssen wir definitiv suchen das lohnt sich so mülleimer auch noch was drin hier irgendwie ist hier überall geld warum liegt in diesem ganzen hotel geld rum also hier war anscheinend mal ein hotel für reiche leute hier können wir hier das geld ausgeben hier können auch irgendwie was kaufen bestimmt oder nee können wir nicht momentan können wir diesen automaten hier auf jeden fall noch nicht bedienen da kommt vielleicht noch weil ich das licht hier drauf mache von hat er was gebracht hat er hat er den geist der angeleuchtet vielleicht hilft das ja ja okay 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 das war anscheinend das war nicht so verkehrt was wir hier gemacht haben noch mehr zeug einsammeln noch mehr zeug einsaugen das ist gut das ist gut ja okay alles klar noch mehr donuts noch mehr donuts durch den dritten teil durch den zweiten teil dreimal durchgespielt okay ja die ganze noch auf dem 3ds wie gesagt deswegen habe ich den nicht gespielt würde ich weg pusten bitte weggehen da okay da kommen wir anscheinend nicht hoch weil das ding da im weg ist oder müssen wir ach da müssen diese attacke macht dass wir die stampf attacke machen stampf attacke ist hier gefragt okay also ich kann man die ganze zeit quasi das spiel durchlaufen einfach alles einsaugen ich glaube das auf jeden fall die beste idee so da unten ist auch noch was gelbes aber da kommen wir auch wahrscheinlich hin oder kann man das hier von hier aus einsammeln einsaugen ne da muss man irgendwie der hohe spinnen kommt man da hoch vielleicht vielleicht fahrt für diese komische dame an der wand hier vielleicht erfahren wir später wie wir da hoch kommen erst erst mal gehen wir hier rein nächste etage würde ich sagen wir sind wieder ein bisschen nach oben gekommen ich glaube man muss sich in dem spiel ganz nach oben arbeiten oder das ist doch das ziel und hier ist auf jeden fall noch ein einer von diesen diamanten versteckt weit nochmal die stampf attacke machen um da dran zu kommen ne stampf attacke hilft nicht licht ein bisschen heimleuchten hier ne licht hilft auch nicht okay dann kommen wir da dann kommen wir da noch nicht hin schade wird es bestimmt auch noch was geben wenn erneutigen luigi's menschen spielt ja ich weiß aber es ist auch schön wenn man so ein spiel zum ersten mal erleben kann wir sagen einfach alles ein können wir damit den aufzug glaube ich kann man nicht benutzen das brauchen wir gar nicht mehr probieren jetzt sind wir wieder in der lobby sind wir hier oh nein das stimmt nicht luigi ist nicht ausgeixt hier luigi liebt noch oder ist noch nicht noch nicht bebildert was hat er gesehen oh nein das sind geister leider ist der part dieses projektes nun auch schon vorbei doch es bleiben dir drei möglichkeiten um weiter zu machen klickst du links oben auf das bild kommst du zum nächsten video dieses projektes klickst du hingegen links unten auf das bild kommst du zur playlist wo du alle videos des projektes nochmal in der übersicht findest klickst du rechts oben auf das bild kannst du meinen kanal abonnieren was mich sehr freuen würde ich wünsche dir wie immer eine wunderbare zeit und möge die macht mit dir sein servus